Die großzügige Justine bot einem obdachlosen jungen Mann, der vom Regen durchnässt in der Nähe ihres Hauses Schutz suchte, Obdach an. Der junge Mann, obwohl überrascht von der Freundlichkeit, nahm die Einladung zu einer heißen Dusche an, aber als er herauskam, wurde er von etwas sprachlos gemacht. In der Zwischenzeit steht Justine kurz davor, zu entdecken, dass ihre Freundlichkeit, einen Fremden aufzunehmen, unerwartete Konsequenzen in ihrem Leben haben wird. An einem regnerischen Nachmittag ignorierte Justine erneut die Ratschläge ihrer Freunde, vorsichtiger mit Fremden zu sein, und nahm einen Obdachlosen bei sich zu Hause auf. Der junge Mann, der nicht älter als 30 Jahre zu sein schien, suchte Schutz vor ihrer Wohnung, um dem unerbittlich kalten Regen zu entkommen. »He, du kannst hier Schutz finden«, sagte sie und lud den jungen Mann ein, hereinzukommen. »Ich habe noch einige Kleidung von meinem ehemaligen Mieter. Wenn du möchtest, kannst du ein Bad nehmen, um dich aufzuwärmen, fühl dich frei«, bot sie großzügig an. Der junge Mann, der solch große Freundlichkeit nicht gewohnt war, schaute sie mit ein wenig Misstrauen an, entschied sich jedoch, das Angebot dieser gutherzigen Dame anzunehmen. Während der junge Mann ein Bad nahm, bereitete Justine eine dampfende Suppe und frische Brotscheiben vor. In der Nachbarschaft als gutherzige Seele bekannt, war Justine immer bereit, jemandem die Hand zu reichen oder ihre Tür zu öffnen, wenn es nötig war. Als der junge Mann schließlich aus dem Badezimmer kam, fand er eine gedeckte Tafel mit einer Schüssel wohltuender Suppe und einem Korb Brot vor. Doch die Überraschung hatte erst begonnen. Als er genauer auf Justine blickte, entfuhr ihm ein Schrei der Überraschung. »Mama? Mama? Bist du es? Ich bin's, Hannes!« Hannes erkannte eine Narbe an Justines Arm, etwas, das er nie vergessen konnte, selbst nach mehr als 20 Jahren ohne seine Mutter gesehen zu haben. Justine schaute Hannes mit einer Mischung aus Schock und Unbehagen an. »Nein, du musst dich irren. Ich bin nicht deine Mutter.« Mein Sohn Hannes starb vor über 20 Jahren. »Wer bist du wirklich? Versuchst du, meinen Schmerz auszunutzen?« »Verlasse sofort mein Haus,« sagte sie, ihre Stimme zitterte vor Nervosität angesichts der unerwarteten und schmerzhaften Situation. »Aber diese Narbe an deinem Arm, mein Vater hat dich verletzt, ich erinnere mich,« beharrte Hannes, verzweifelt nach Wiederverbindung suchend. »Geh sofort raus!« »Du solltest dich schämen, mit dem Leid der Menschen zu spielen,« antwortete Justine fest, öffnete die Tür und zeigte auf den Ausgang. Hannes ging dann hinaus und verlor sich in der Dämmerung des regnerischen und kalten Abends. Diese unerwartete Situation berührte Justine wirklich sehr. In jener Nacht wurde ihr Herz schwer und umhüllt von Dunkelheit, und alte Wunden begannen sich wieder zu öffnen. Sie wandte sich im Bett, während eine Flut von Erinnerungen ihren Geist überflutete, wie Geister der Vergangenheit, die nach Aufmerksamkeit verlangten und all den Schmerz und das Leid hervorbrachten, das sie so lange versucht hatte zu begraben. Justine war erst 18 Jahre alt, als sie Reh kennenlernte, einen älteren und charismatischen Mann. Das schüchterne und unschuldige junge Mädchen, das es an Zuneigung mangelte, lebte bei ihrer Tante, ihrer einzigen Verwandten, und fand sich bald von dem magnetischen Charme dieses Mannes verzaubert wieder. In kurzer Zeit heirateten sie, aber es dauerte nicht lange, bis reißbare Persönlichkeit zum Vorschein kam, ein gewalttätiger und besitzergreifender Mann. Justine verlor ihre gesamte Freiheit. Ihr Mann überwachte sie genau und misstraute jedem Blick oder unschuldigen Gästen von ihr. Mit der Zeit, um Konflikte zu vermeiden, isolierte er sie von allen Freunden und Bekannten und isolierte sie weiter in seiner kontrollierenden und bedrückenden Welt. Als Hannes, der Sohn des Paares, geboren wurde, war Reh von der Idee besessen, nicht der Vater dieses Kindes zu sein. Und wenn er trank, verschlimmerte sich die Situation noch. Was als bloße Anschuldigungen und giftige Worte begann, verwandelte sich bald in körperliche Gewalt, und Justine fand sich in einer Situation wieder, die sie sich niemals vorgestellt hatte. Zu dieser Zeit galten Meinungsverschiedenheiten zwischen Ehemann und Ehefrau oft als private Angelegenheiten, die zu Hause ohne äußere Einmischung gelöst werden sollten. So ertrug Justine jahrelang diese angstvolle Situation schweigend, gefangen in einem Kreislauf, aus dem es keinen Ausweg zu geben schien. Eines Nachts, als Hannes bereits sechs Jahre alt war, kam Reh betrunken und erregt nach Hause. Ein hitziger Streit entbrannte zwischen ihm und Justine. Reh verletzte Justines Arm im Strudel von Wut und Kontrollverlust. Hannes beobachtete alles, gelähmt von Angst und Verwirrung angesichts dieses schrecklichen Szenarios. Die Narbe dieses Tages wurde zu einem ständigen Erinnerungsstück für Justine und markierte nicht nur ihre Haut, sondern auch ihre Seele mit den schmerzhaften Erinnerungen an diesen Moment des Schreckens. Die Erwähnung des schmerzhaften Ereignisses aus der Vergangenheit durch diesen Obdachlosen ließ Justine zutiefst verwirrt zurück. Wie konnte dieser junge Mann den Namen ihres Sohnes und so spezifische Details über ihre Vergangenheit kennen? Wenn Hannes, ihr Sohn, vor 20 Jahren gestorben war, wer war dann dieser mysteriöse junge Mann? Die Erinnerungen sprudelten in Justines Kopf wie ein düsterer Film, und eine tragische Nacht hob sich von allen anderen ab. Es war eine Nacht im strengen Winter. Justine und Hannes schliefen friedlich, als sie das Quietschen der Tür hörten, das Reis' Ankunft, wie gewohnt betrunken, ankündigte. An den wankenden Schritten erkannte sie, was bevorstand. Instinktiv wies Justine ihren Sohn an, still zu bleiben, in der Hoffnung, dass Reis' sie in Ruhe lassen würde. Aber er hatte andere Pläne für diese Nacht. Er begann, die Gegenstände im Haus zu zerstören, drehte die Musik laut auf und schlug Türen zu, wodurch das Umfeld in Chaos und Terror versank. Verzweifelt versuchte Justine, ihren Mann zu beruhigen, aber alles, was sie erreichte, war, die Situation zu verschlimmern. Reh war außer Kontrolle. In einem Moment der Verzweiflung brachte Reh wieder diese grausame Vermutung zur Sprache, dass Hannes nicht sein Sohn sei, und heizte damit die Diskussion noch weiter an. Die Spannung erreichte einen neuen Höhepunkt, als er ein Messer ergriff, was Justine ergriff, in panischer Angst um das Wohl ihres Sohnes versetzte. Mit vor Angst pochendem Herzen stürzte sich Justine in einen verzweifelten Kampf mit Reh, ihr einziges Anliegen war es, ihren Sohn um jeden Preis zu schützen. Mitten im Durcheinander war es Reh, der durch die scharfe Klinge des Messers verletzt wurde. Die Wunde war tief genug, um mehr als eine Woche Krankenhausaufenthalt zu erfordern. Doch das Erstaunlichste war die darauf folgende Wendung, anstatt seine eigene Gewalt anzuerkennen, beschuldigte Reh Justine des versuchten Mordes und verwandelte das Opfer in einer verzerrten Umkehrung der Wahrheit in den Schuldigen. Als eine bekannte Figur in der Stadt und mit Ressourcen für die besten Anwälte manipulierte Reh das Justizsystem nach seinem Willen. Justine wurde zu mehr als zehn Jahren Gefängnis verurteilt, eine harte und ungerechte Strafe für eine Frau, die versucht hatte, ihren Sohn vor häuslicher Gewalt zu schützen. Reh, der jegliche Vaterpflichten ablehnte, weigerte sich, sich um Hannes zu kümmern. Infolgedessen wurde der junge Justines Tante übergeben, einer Frau, die nicht bereit war, die Verantwortung für die Erziehung eines Kindes zu übernehmen. Justine verbrachte ihre Tage im Gefängnis in einsamer Stille, Trost fand sie nur im Schreiben von Briefen an ihren geliebten Sohn Hannes, der sich den zehn Jahren näherte. Verzweifelt versuchte sie, Kontakt mit ihrer Tante aufzunehmen, um Neuigkeiten von ihm zu erhalten, aber ihre Briefe blieben unbeantwortet und Besuche fanden nie statt. Dann, eines Tages, gelangte ein beunruhigender Brief durch die Gitter von Justines Zelle. Ihr Herz erstarrte, als sie die darin geschriebenen Worte las, ihr Sohn Hannes hatte eine Lungenentzündung bekommen und war daran gestorben. Nachdem sie ihre Strafe verbüßt hatte, traf Justine eine feste Entscheidung, sie würde nicht in die Stadt zurückkehren, in der Reh noch lebte, ein Ort voller schmerzhafter Erinnerungen, die sie lieber hinter sich lassen wollte. Stattdessen machte sie sich auf den Weg, ohne zurückzublicken, auf der Suche nach einem Neuanfang, obwohl sie die Erinnerungen an ihren geliebten Sohn lebendig in ihrem Herzen trug. Justine baute ihr Leben in einem fernen Ort wieder auf, weit weg von den Schatten der Vergangenheit. Obwohl sie in ihrer neuen Reise etwas Frieden und Glück gefunden hatte, heiratete sie nie wieder und bekam auch keine weiteren Kinder. Während Justine in dieser Nacht tief in ihre Erinnerungen eintauchte, kam ihr ein Gedanke. Sie hatte die Wahrheit über die große Narbe an ihrem Arm immer für sich behalten und vor allen, sogar vor jenen, die ihr am nächsten standen, verborgen. Und jetzt, angesichts der Beharrlichkeit des Obdachlosen, der behauptete, Hannes zu sein, wurde ihr klar, dass etwas nicht stimmte. Wenn dieser Mann wirklich über ihr Leben recherchiert hätte, um irgendeinen Betrug zu planen, wie konnte er dann die Herkunft dieser Narbe kennen? Es war unmöglich für ihn herauszufinden, dass Ray für diese Verletzung verantwortlich war, es sei denn. Ein Gefühl von Verwirrung und Misstrauen begann in Justine zu wachsen. Könnte es sein, dass dieser Mann, mit seinen Augen voll von Schmerz und Wahrheit, tatsächlich ihr Sohn war? Oder war das alles Teil einer ausgeklügelten Intrige, um sie irgendwie zu manipulieren? Justines Tante, die für Hannes verantwortlich gewesen war, lebte trotz ihres hohen Alters noch. Sobald Justine an diesem folgenden Morgen aufwachte, machte sie sich auf den Weg zurück in jene Stadt, tauchte erneut in ihre Vergangenheit ein, um Antworten zu suchen. Als sie ihre Tante, jetzt geschwächt in einem Pflegeheim, fand, stellte sich Justine einer grausamen und verstörenden Wahrheit. Die Wahrheit ist, Justine, dass ich nie bereit oder gewillt war, mich um diesen Jungen zu kümmern, sagte die Tante mit einer schneidenden Kälte. Er war nur eine Last, und seine ständigen Briefe erinnerten mich nur an deine kriminelle Vergangenheit. Ich wollte einfach nichts, das mich mit einer Verbrecherin wie dir verbannt, also habe ich ihn einem Vorbeizierhänden-Zirkus übergeben. Sie gaben mir etwas Geld und nahmen ihn mit. Selbst in ihrem hohen Alter behielt die Tante eine bemerkenswerte Kälte und Grausamkeit bei und ließ Justine durch die schockierende Enthüllung über das Schicksal ihres Sohnes am Boden zerstört zurück. Die Möglichkeit, dass dieser Obdachlose ihr Sohn sein könnte, begann für Justine plausibel zu erscheinen. Zurück zu Hause begann sie ihre Suche in den Straßen jener Stadt nach diesem jungen Mann. Zu ihrer Überraschung dauerte die Suche nicht lange. Auf einem Platz in der Nähe ihres Hauses saß er auf einer Bank. Hannes, bist du es, mein Sohn, jetzt war es Justine, die fragte, ihr Herz schlug mit einer Mischung aus Hoffnung und Angst vor dem, was sie herausfinden könnte. Als er sich umdrehte und ihr in die Augen sah, wusste Justine es sofort. Es war derselbe Blick ihres kleinen Hannes, die einzige gute Erinnerung an ihre düstere Vergangenheit. Ja, Mutter, ich bin es, sagte er, während Tränen die Emotionen widerspiegelten, die aus seinem Herzen überfluteten. Das lang ersehnte Wiedersehen war endlich geschehen, vereinte Mutter und Sohn in einer Umarmung, die die verlorenen Stücke ihres Lebens zu verschmelzen schien. Hannes hatte all die Jahre im Zirkus gelebt. Als seine Mutter verhaftet wurde, sagte man ihm, sie sei gestorben. Erst kürzlich, als er beschloss, seinen Vater zu suchen, um ein Kapitel seiner Geschichte abzuschließen, erfuhr er die Wahrheit. Seitdem hatte er den Zirkus verlassen und unermüdlich nach seiner Mutter gesucht. Indem er jeder noch so kleinen Spur folgte, lebte Hannes mit wenigen Mitteln auf den Straßen. Deshalb war er an diesem regnerischen Nachmittag so nah an ihrem Haus, kämpfte gegen die Widrigkeiten, um sich mit dem einzigen Familienmitglied zu vereinen, das er kannte. Nach fast 20 Jahren, die sie unter dem Schatten der Lügen verbracht hatten, die ihnen erzählt wurden, fanden sich Mutter und Sohn endlich wieder. Justine und Hannes standen vor zwei Wegen. Einer von ihnen könnte sie dazu bringen, sich an die Vergangenheit zu klammern, die Ungerechtigkeiten zu beklagen, die sie erlitten hatten, und die Bitterkeit in sich eindringen zu lassen. Aber es gab auch die Option, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und sich darauf zu konzentrieren, das Geschenk der Gegenwart und der Zukunft zu genießen. Indem sie sich für den zweiten Weg entschieden, wählten Mutter und Sohn, nicht zuzulassen, dass die Schatten der Vergangenheit den Glanz ihrer zukünftigen Tage verdunkeln. Sie beschlossen, jeden Moment mit Dankbarkeit zu umarmen, aus den Herausforderungen der Vergangenheit zu lernen und einen neuen Anfang zu bauen. Die Umstände des Lebens sind nicht immer gerecht oder günstig. Angesichts dessen liegt es an uns, uns nicht zu opfern zu machen, sondern die Zügel unseres Lebens selbst in die Hand zu nehmen. Auch wenn wir Widrigkeiten gegenüberstehen, können wir entscheiden, wie wir darauf reagieren. Wir können zulassen, dass sie uns niederdrücken, oder wir können uns erheben, um Lösungen und Wege zu finden, weiter voranzugehen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, erwägen Sie bitte, ein Like zu hinterlassen und sich das nächste Video anzusehen, das gerade auf Ihrem Bildschirm erscheint. Sind Sie noch nicht abonniert? Abonnieren Sie jetzt, um keine weiteren Videos zu verpassen und helfen Sie uns, noch weiter zu wachsen. Abonnieren Sie jetzt, um keine weiteren Videos zu verpassen.